Hey und willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Schön, dass du auch wieder mit dabei bist. In dieser Woche gibt es mir wieder spannende News und Leaks rund um Apple, unter anderem zum iPhone 16, so ein bisschen was zur Apple Watch und noch einiges mehr. Falls du auch kein Abonnent des Kanals bist, würde es mich ungemein freuen, wenn du einfach jetzt kostenlos auf Abonnieren drückst und dann bleibst du hier mal auf dem neuesten Stand. Ist ja auch nicht verkehrt. Und jetzt geht es aber auch schon los mit dem Video. Let's go! Starten wir wie immer mit dem Thema iPhone als erstes und hier, wie kann es anders sein, natürlich mit dem iPhone 16, denn das kommt ja auch schon in wenigen Monaten raus und hier gab es in der letzten Woche wieder einige Leaks und Berichte zu Neuerungen. Unter anderem starten wir hier auch gleich mit der ersten Neuerung und die betrifft höchstwahrscheinlich Face ID beziehungsweise hier soll es wohl ein paar Neuerungen geben. Die Information stammt von DigiTimes basierend auf einem Bericht der britischen Zeitung The Telegraph und der Face ID Komponentenlieferant Kovirant erwägt seine Produktionsstätte in England zu verkaufen, nachdem ein Vertrag mit einem großen Kunden, vermutlich Apple, ausgelaufen ist. Das heißt jetzt natürlich noch gar nichts. Trotzdem, laut dem Bericht plant Apple angeblich das Face ID System auf dem iPhone 16 Modellen zu überarbeiten. Es gab ja auch schon mal die Berichte, dass Face ID komplett unter das Display wandert, doch das ist in diesem Jahr noch zu früh, meiner Meinung nach, da hört man auch aktuell gar nichts drüber. Das wird frühestens beim iPhone 17 oder auch gar erst beim 18er kommen. Es ist nicht genau bekannt, welche Änderungen in diesem Jahr stattfinden werden. Änderungen könnten schnellere Authentifizierung oder andere Verbesserungen umfassen. Derzeit ist es allerdings noch unklar. Apple nimmt natürlich routinemäßig Änderungen an internen Komponenten vor, was aber auch nicht unbedingt zu neuen Funktionen kommen könnte. Also hier bleibt es auf jeden Fall spannend. Es kann natürlich auch sein, was hier am Ende gar nichts bei rumkommt. Aber die nächste News finde ich da schon deutlich spannender. Und hier geht es um die Ladegeschwindigkeit beim iPhone. Wenn man das Ganze mal mit Android-Geräten vergleicht, die teilweise schon über 100 Watt Schnellladen unterstützen, haben wir hier beim iPhone 15 Pro Max gerade mal so 27 Watt Schnellladen. Also Schnellladen. Und ja, also da könnte auf jeden Fall schon deutlich mehr kommen. Und das scheint wohl in diesem Jahr zu sein. Natürlich, Apple-typisch, haben wir jetzt hier nicht die Riesensprünge auf direkt über 100 Watt, sondern die Rede ist hier höchstwahrscheinlich von 40 Watt kabelgebundenem Laden und über MagSafe 20 Watt. Da haben wir nämlich aktuell 15 Watt per MagSafe. Ist auch schon mal schneller geworden als früher. Trotzdem scheint es jetzt also in diesem Jahr auch so zu sein, dass man das iPhone so ein bisschen schneller aufladen kann. Und der Akku soll ja auch bei den iPhone-Modellen in diesem Jahr größer werden, bis auf 16 Plus Modell. Ich blende euch hier einfach mal eine Tabelle ein, die ich vorhin gemacht habe. Da sieht man das Ganze nochmal gegenübergestellt mit den aktuellen Modellen vom iPhone 15 versus den iPhone 16er Modellen. Und da sehen wir überall, dass der Akku so ein paar Prozent, 6 bis 8 Prozent größer wird. Ist jetzt nicht die Welt. Trotzdem soll auch die Architektur jetzt beim Akku, da haben wir letzte Woche schon mal drüber gesprochen, eine andere sein. Es soll ein Metallgehäuse sein und so ein bisschen geschichteter sein, was einfach in derselben Bauform, Baugröße mehr Akkukapazität bringt. Und mit dem verbesserten Prozessor und vielleicht mit ein paar Optimierungen iOS könnte also die Akkulaufzeit nochmal besser sein. Allerdings erwarte ich jetzt hier keine immens großen Sprünge bei der Akkulaufzeit. Trotzdem, ich finde es auf jeden Fall nice, dass man die iPhones da so ein bisschen schneller aufladen kann. Ist natürlich die Frage, ob das direkt auch alle iPhones auf einmal unterstützen oder wirklich nur die Pro-Modelle. Auf der WBC hat Apple ja viel über Apple Intelligence gesprochen, was ja erstmal bei uns in Europa gar nicht so an den Start gehen dürfte. Jedenfalls nicht zum US-Start, der ja für den Herbst diesen Jahres angedacht ist. Aktuell kann man es auch noch gar nicht austesten in den Betas. Also ich habe hier die iOS 18 Beta drauf und auch wenn ich es auf Engel stelle und so weiter, kann ich hier das Ganze nicht aktuell mir anschauen. Trotzdem in den USA soll es jetzt im Herbst an den Start gehen. Aber hier gibt es auch noch eine News, die betrifft uns zwar auch nicht so direkt. Aber ich wollte es trotzdem mal hier ins Video mit aufnehmen. Denn Siri soll ja auch stark überarbeitet werden. Aber das soll ja auch nicht direkt beim Start verfügbar sein, sondern erst mit iOS 18.4 im Frühjahr 2025. Ich finde das neue Siri auf jeden Fall optisch auch sehr ansprechend. Natürlich auch von den Funktionen dahinter im Alltag extrem praktisch. und würde mich unheimlich freuen, wenn das natürlich dann auch zeitnah bei uns in Deutschland an den Start geht. Aber wenn das in den USA auch schon später kommt, ja, dann könnte man darauf schließen, dass es in Deutschland erst nochmal deutlich später kommt. Aber kommen wir jetzt bei der letzten News nochmal zum Thema Apple Watch. Denn dort gab es in der letzten Woche nochmal echt einige News, die das ganze Thema zum einen zusammenfassen und noch so ein bisschen was zur Apple Watch SE zur Neuen. Aber ich gebe euch einfach mal kurz einen Überblick zur Apple Watch 10 bzw. Apple Watch X. Vor ein paar Wochen haben wir noch groß gedacht, okay, das wird ein mega geiles Design, das wird alles komplett neu. Dann kamen so die ersten Renderings bzw. CAD-Zeichnungen, die dann drauf schließen. Ja, okay, vielleicht wird es doch nicht so krass. Die kamen allerdings von 1991 Mobile, die ja auch nicht zu 100% vertrauenswürdig sind. Da gab es immer schon mal so ein paar News, die nicht gestimmt haben. Aber jetzt hat sich hier mal German, der ja schon wirklich sehr zuverlässig ist, auch nochmal zu dem Thema geäußert und so ein paar Fakten zur nächsten Apple Watch genannt. Und zwar gibt es natürlich wieder zwei Varianten bei der Apple Watch 10, also zwei Größenvarianten. Die haben die Codenamen N217 und N218 und die werden auch größere Displays bekommen. Die größere Version wird ein 2 Zoll Display haben. Das ist auch nochmal etwas größer als das 1,93 Zoll große Display bei der Apple Watch Ultra. Das Design bei der Apple Watch 10 wird wahrscheinlich so ein bisschen dünner sein, aber sich auch designtechnisch zu den Vorgängermodellen doch leider nicht ganz so groß ändern, sagt Mark German. Darüber hinaus soll die Apple Watch 10 als auch die Apple Watch Ultra 3 mit einem leistungsfähigen Prozessor ausgestattet sein, was natürlich auch für die Zukunft durch KI-Features mit Apple Intelligence ja angedacht ist. Aber apropos Apple Intelligence, hier sagt er nämlich auch nochmal etwas und zwar heißt es, dass hier keine großen Apple Intelligence Features bei WatchOS dann verfügbar sein sollen. Da hat Apple ja auch bei der WWC gar nicht groß wirklich viel zu gesagt. Das meiste war wirklich iOS und macOS. WatchOS war bis jetzt da wirklich gar nicht groß genannt. Also da könnte auf jeden Fall in Zukunft, in den nächsten Jahren auch noch etwas kommen. Aktuell eher nicht so. Aber bezüglich der Gesundheitsfunktion nennt Mark German hier auch nochmal ein paar Schwierigkeiten aktuell. Und zwar bei der Blutdrucküberwachung. Diese Funktion befindet sich noch in der Entwicklung und hat Zuverlässigkeitsprobleme in den Tests gezeigt. Könnte also daraus resultieren, dass die Funktion auch erst im späteren an den Start geht. Genau wie auch die Schlafapnoea-Fassung. Diese Funktion basiert auf der Überwachung der Sauerstoffsättigung im Blut. Aufgrund eines ITC-Importsverbot in den USA bieten aktuell Apple Watch Modelle die Funktion nicht an. Und Apple könnte das Problem bis September lösen, die Funktion anzukündigen, aber auch erst ein bisschen später diese an den Start bringen. Die Apple Watch, die kommt natürlich dann wieder Ende September raus. Zusammen mit den iPhone 16 Modellen werden diese vorgestellt. Wenn es hier weitere News gibt, erfahrt ihr sie natürlich im Video. Dann gibt es aber jetzt nochmal eine News zur Apple Watch SE. Die besteht ja aktuell aus einem Aluminium-Gehäuse und Apple erwägt bei der nächsten Generation dies auszutauschen gegen starren Kunststoff, um eben den Preis nochmal anzupassen. Im besten Fall natürlich zu senken. Die Rede ist hier auch von aktuell 199 Dollar, was natürlich preislich auf jeden Fall nochmal ansprechend ist. Klar, man hat natürlich dann nicht so ein hochwertiges Design, statt Aluminium ist es dann eher ein Kunststoff. Schreibt gerne mal eure Meinung dazu in den Kommentaren. Würdet ihr auf Aluminium verzichten, um damit halt ein günstigeres Apple Watch Modell zu erhalten? Oder sagt ihr, nee, ich möchte auf jeden Fall ein hochwertiges Apple Watch Modell. Und deswegen möchte ich auch ein bisschen mehr Geld für die Apple Watch SE ausgeben. Aber ich glaube, die Zielgruppe für die SE ist wirklich die Leute, die natürlich die ganzen Features von der Apple Watch haben möchten, aber nicht so viel Geld ausgeben möchten. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man hier auf Kunststoff setzt und den Preis auch wirklich nochmal nach unten schraubt, dass dann auch nochmal mehr Leute in der Apple Watch kaufen würden. Ich bin wie immer auf eure Meinung gespannt unten in den Kommentaren und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dann, macht es gut, ciao und Daumen nach oben da lassen. Also, mach's gut, ciao, ciao. Bis dann, mach's gut, ciao, ciao.